Erbil International Airport, Nordirak. Ungewöhnlich still ist es hier derzeit, denn mehrere internationale Fluglinien haben ihre Flüge nach Erbil vorerst eingestellt, unter ihnen auch die Austrian Airlines und die Lufthansa. Sie reagieren damit auf ein von der irakischen Luftfahrtbehörde verhängtes Flugverbot in den Nordirak. Hintergrund, die mehrheitlich kurdische Bevölkerung hatte sich in einem Referendum für die Unabhängigkeit des Nordiraks ausgesprochen. Die irakische Regierung erkennt die Abstimmung aber nicht an. Das Referendum ist nach irakischen und internationalen Gesetzen illegal, sagt auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Leider hat die Regionalregierung diesen Fehler begangen. Es ist sehr wichtig, dass sich die internationale Gemeinschaft für die Einheit des Iraks einsetzt. In der Türkei wurde das Referendum mit besonderem Argwohn betrachtet. Dort befürchtet man eine Signalwirkung für die Kurden im eigenen Land. Gegen deren Unabhängigkeitsbestrebungen geht die türkische Regierung seit Jahrzehnten vor. Gegenruf